hallo meine freunde und herzlich willkommen ich darf euch begrüßen auf diesem kanal ich freue mich äußerst sehr ja dass ihr da seid ich hoffe es geht euch gut ich hoffe ihr habt gut geschlafen ich habe ja ich bin nicht gut eingeschlafen mir geht es sehr gut tatsächlich ja es ist zeit mal wieder denn ja wir haben lange nichts getan und deswegen hat sich natürlich das böse in der kluft wieder ausgebreitet und das böse lässt sich nur auf eine art bekämpfen und zwar mit der gerechtigkeit die gerechtigkeitsgaren im ranked in der mitte wird hier die gerechtigkeit justice bringen und zwar naja also ich habe keinen direkten gameplan ich meine garen mit lane ist mein gameplan mein gameplan ist wir haben hackslash dabei wir böllern wir machen viel damage wir sind garen wir sind cool ja also ja wir spielen gegen weiger müssen wir mal gucken wie das ganze funktioniert und die q was guck mal johu was ja leute naja so das gefällt mir schon das geht gut los wir haben dorans schild oh ja glacialdings er hatte dorans schild wir haben dorans schild können wir ein bisschen ganz gut regenerieren muss mal gucken ob das klappt will natürlich nicht rollen also es ist ein ja es ist ein ranked und nase klar game mit lane ist ein bisschen unorthodox aber leute solange ihr nicht intet könnt ihr spielen was ihr wollt ihr dürft nur nicht inten ja wenn ihr intet dann darf euch jeder flame mit recht und okay das war knapp das war verdammt knapp das war knapp ich glaube wir müssen ein paar punkte in die queue machen ja mal was anderes ich muss sagen ich habe in letzter zeit unglaub als erst mal habe ich kein handy mehr ist es kaputt das heißt instagram nachrichten und alles andere kommt bei mir nicht mehr an wenn ihr mir was schreiben wollt müsst ihr mir das bei facebook schreiben ja ansonsten aber ich bin dabei mir neues handy zu holen ansonsten ja muss ich sagen habe mich trotzdem über twitch sehr sehr viele nachrichten erreicht dass mal wieder ein video kommen sollen muss ich schon okay wir machen folgendes batz ja jetzt haben wir natürlich geflasht ist ein bisschen doof und ich muss sagen das finde ich schon echt krass dass das so viele leute kamen gesagt haben tobi ich vermisse ein video ist nochmal wieder ein video tobi wo ist das video war tobi tobi ja und deswegen muss ich sagen ja das freut mich natürlich schon sehr was ich nicht freut ist dass wir geflasht haben das gleich wahrscheinlich noch mal kommt und dass das wort nicht gut war weil gegen hacken sollte man hier worden der kommt nämlich immer hinten rum gut was ist wenn wir mehr punkte ins q macht mehr smooth und speed duration sehr gut so das gute ist wir haben jetzt hack flash leute das heißt sie haben alles was wir brauchen wir können also jederzeit passt auf wir machen das so wir tun so als wenn wir hierhin gehen gehen auch hierhin und dann tun wir uns hierhin stellen und dann machen wir okay das hat nicht geklappt scheiße irgendwas hat mich abgebrochen war das ein auto tech von ihm oder habe ich es abgebrochen erbt irgendwas gemacht okay aber ihr wird schon noch sehen leute meistens ist so dass die gerechtigkeit am anfang ein bisschen schwächer ist und das böse sehr stark ist und sich ausbreitet wir machen mal ein bisschen hier dass die minions hier ein bisschen weg ja wir kriegen ja auch bisschen damage tatsächlich auch er hat aber kein ignite er kann uns nichts tun wir hauen den pot noch nicht rein denn es ist so man muss erst mal als super schwach werden damit man stark werden kann und deswegen geben wir jetzt gas und auto tech solo oh scheiße ich hätte den kill bekommen aber trotzdem gut 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 job mr mc3 schön 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 ich wäre cooler gewesen hätte ich den kill bekommen aber ist okay die frage ist ich weiß noch nicht was wir bauen wir drehen erst mal ein bisschen eine runde eine runde eine runde eine was was ja gibt es irgendwas damit wir bessern weiger rankommen mc3 boots vielleicht muss natürlich auch der mit machen ich denke okay leute wir sind die gerechtigkeit was stellt euch vor ihr erwartet die gerechtigkeit aber die gerechtigkeit ist nicht rechtzeitig da das heißt ihr werdet ausgeraubt dann ist er weg und dann ist die gerechtigkeit da ist ja quatsch deswegen muss das allerhöchste gut sein dass die gerechtigkeit da ist deswegen haben wir jetzt die boots von was ist das hier da ich mal ne da ich meine es ist nicht nike nike er deswegen sind auch flügel dran und ja wir wenn wir weiger nicht töten können dann töten wir halt alle anderen einfach rom wird top lane rom wir bot lane rom wir top lane rom wir bot lane und so kommen wir auch vielleicht ein bisschen besser an die zeige ich jetzt trick 91 im schurkenhand buch für sehr gut und aus dem cage rausgelaufen sehr 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 gut jetzt drehen wir noch drei runden werden level 6 und dann gucken wir mal ich würde sagen ab jetzt packen wir punkte ins e rein weil wir müssen natürlich auch ein bisschen der mensch machen irgendwie wie sieht es denn unten aus leona oben an den trundel aber der trundel na trolle sind auch stets vom bösen besiegelt tatsächlich ich bin schnell war bin ich wirklich ja ist nicht schlecht noch mal schilder macht zack ein bisschen drehen bisschen laufen bisschen drehen bisschen laufen zack ich finde das manchmal so schwer in dem cage und BATS! oh genau ich bin auch voll gut gegen glacial jetzt oder ich töte ihn gleich einfach ist das nicht auch ein guter deal ich glaube das ist ein very guter deal wir machen gleich müsste aber level 6 feuer werden BATS! oh shit! aber ich habe schild ich habe schild ich habe schild ich drehe jetzt einfach kann ich die kanone auch mitnehmen out effect okay sehr gut ich habe ultimaze gar nicht so schlecht aber ich überlebe da der der ist noch level 6 das gut okay jetzt heilen wir uns noch ein bisschen wir gucken zu schlagen werden level 6 töten wir müssen aber echt ein bisschen aufpassen nicht dass er sein er hat aber auch nicht mehr so viel mana nicht dass er seinen kometen turboschlag macht vielleicht können wir ihn ja BATEN JIBATEN oder er geht shoppen könnte auch sein schau 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 kommt schon kommt schon kennt ihr dieses dann hier hofft dass es noch reichen ist dann einfach nicht reicht so wie bei morgana w echo wenn das ding zurück kann ok passt oh lol das töte mich nicht das töte mich nicht er hat jetzt kein mana mehr und er denkt jetzt weil er mehr leben hat wäre eher stärker als ich ist aber quatsch deswegen passt auf wir gehen hier was wo ist das geblieben ich hab's benutzt auch leute ach leute acht pferd ich glaub den kann ich töten ist nur ein handelsübliches pferd no mr pony was heißt ein pony auf englisch eigentlich ich bin immer noch gern guck mal leute ich bin gern einfach das ist gutes champion design einfach die frage ist was kaufen wir jetzt das ist die gut vielleicht irgendwas was noch nie jemand gekauft hat auf gern irgendwas was schäppert kann das q kritten nena sens riva macht auch keinen sinn oder irgendwas was noch niemand gekauft hat rage blades das ist ein auto ist doch ein auto tag oder ist aber auch langweilig man leute ich hab schon alles mal gekauft ja okay ich meine es gibt nur eine sache die wirklich damage macht zack mit toblerone in der jogginghose so zack ja ich weiß noch nicht was wir damit machen mal sehen vielleicht in den windes oder so mal schauen so wir müssen jetzt auf jeden fall trundle töten ich würde sagen wir töten immer den mit dem kopf geld das heißt naja so weiger würde ich schon einmal gerne töten noch aber ja wir gucken mal wie das so läuft wir machen einmal so drehen einmal hier eine runde machen einmal weh laufen hier laufen da laufen hier laufen da und jetzt gehen wir da oben ist gefahr gefahr die jungfrau in meid er die meid in jungfrau also in gefahr ich bin unterwegs halten sie durch oh holde meid ich bin unterwegs ihr ritter der gerechtigkeit nennen sie mich holger der edle ich komme ich habe noch keine ultimate aber das muss ja reichen alter ich bin garen ich warte noch kurz ich habe gleich noch die mail kurz warten 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 ja jetzt bringt also ja vielleicht ist die zu rettene personen beim versuch gestorben schäden muss man mit einbrechen was soll ich tun aber sie hat mich gepinkt das war unzurecht dieses ping trundle broken op broken op champ ja okay aber wir haben geld eingesammelt so dass das gute ist wir haben sogar mehr geld eingesammelt weil kasselpeil noch gestorben ist stelle ich sogar 500 ja 58 plus 200 stimmt naja gut ist passiert kann man nichts machen gut was kaufen wir jetzt vielleicht noch ein triniti naja ich glaube wir gehen einfach sens reaver keine ahnung keine ahnung brauchen wir einen trinket wir brauchen vielleicht die radarmühle zack sehr gut ja das problem ist dass jetzt katsch in der mitte ist ich gehe jetzt einfach in die mitte eigentlich sollte ich jetzt top gehen aber ich gehe jetzt weil ich muss der impact haben naja und ich kann ja von oben keinen impact haben red buff ja 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 merci beaucoup merci beaucoup so jetzt gehen wir mal bot labor wir brauchen echt mehr cool auf ultimate deswegen ist das ist glaube ich nicht schlecht dann können wir all die mähten wäre es wenn wir voll cdr garen einfach gehen ist auch ein guter dill oder macht meine q red buff drauf auch eine platte nehmen wir mit einer einer zu spät glaube ich okay jetzt gehen wir bauten bin unterwegs wir haben jetzt wir haben hex flash ready wir haben ultimate ready wir haben unsere heilung ready red buff ist ready wir sind ready die feiten schon leute ich komme ich komme ich bin unterwegs ihr retter der gerechtigkeit ja ich komme ich komme ich komme ich komme das ist mal so ja dieses naja es ist okay ich will mal kein auge machen aber okay jetzt haben wir aber die perfekte situation der mitte leute weil er denkt jetzt wo ich mache jetzt platte aber ich mache ihnen tatsächlich platt ich bin jetzt hier wir gehen nach hier hin machen einen jump over across und jetzt jagen wir ihn durch den wald ich habe mit nike er leute wo will er hin ganz ehrlich leute ich brauche okay oben ist auch nicht schlecht jetzt vielleicht eine potato nee keine potato wo will er hin ich meine was will er machen außer dass ja 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 ich bin 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 jetzt auch leute auch leute ich sollte auch die synchronzahlen sollte ich echt einspringen fühlig ich finde wir sollten eine petition erreichen meine synchronzahlen sind ja wohl bei fahr die besten da oben ist ein pferd und tag fährt man okay wenn mich auch scheiße die minuten ziemlich oder kommt das aber jetzt kommt der pferde man hier noch mal raus nicht aber dann kommt der ppp geht es drauf er brennt ich muss noch kurz DC ne ja also ja lass uns raus vielleicht kommt hier jemand der jetzt und jetzt töten stellt mich steht doch nicht ja oder schjciech stan jetzt gehen das ist diesmal mei was wie kann das denn sein 80 80 80 80 leute ich meine wie viele kills hat er eigentlich von mir mindestens vier also was heißt von mir er hat auch gute arbeit geleistet im dienst aber also 80 ihr könnt mir nicht erzählen dass er mit diesen items wie viel ap hat er 30 70 dass er mit 70 ap 8 kills macht leute leute ich renne ich renne ich renne ja macht mir gar nichts das kitzelt vielleicht so ein bisschen das ist ein traum auf elefanten wirft so wir haben jetzt ist chance river fertig sehr schön wir könnten ja auch glaube ich irgendwie ich habe gar keine ahnung von gerunds geht und jetzt gehen wir entweder in den windes oder noch mehr so ein phantom swancer ist der eskaliert das nicht irgendwie mit der text mit irgendwas geld mit text wieder wie klappt man das auf kann und da steht jetzt 85 106 immer noch irgendwas skaliert doch in diesem scheiß kit mit text bietet das doch oder nicht oder ich meine wird so 100 mal da und der text dem der wird 100 mal gechanged da er text mit von text biet vom sprit spiel mit items and level sind kris der number of strikes okay ach die number of strikes hessler ist nicht höher gegangen gerade oder wahrscheinlich brauche ich mehr text spielt okay ich komme ich bin unterwegs ich bin nämlich voll langsam i'm coming wir haben auch ultimate sehr gut bin unterwegs bleibt dran bleibt dran bleibt dran bleibt dran bleibt dran bleibt dran du musst dran bleiben sehr geil sehr schön sehr sehr schön sagt wir müssen mal botle ein bisschen mehr helfen leute botle ist noch nicht genug so was machen wir zum punkt q die gerechtigkeit steht für 404 error 404 ja das zählt als 0 so ja ich bin unterwegs da ist der pferdemann und die pferde frau so dass ein väger ich habe halt keine ultimate wie viel cooldown redaktion haben wir 25er passt auf leute er macht jetzt golems ich zeige euch einen geheim trick die sind nicht mehr da aber ist trotzdem okay jetzt holen wir uns ihn und wir haben den vorteil dass wir jetzt wieder hexflash verdient guten tag einmal bitte die pferdekarten einmal die pferdekart bitte mach nicht diesen ja dann gehe ich jetzt hier lang wo willst du jetzt lang jetzt leute ab wir haben hier ein verbrecher auf der a43 richtung kernfeld bitte ist er jetzt darüber oder nicht ja scheiße er flüchtet in einem blauen bands aber das ist ein turm der nämlich auch und läuft ok wir brauchen ultimate leute hilfe 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 weil hilfe die budi ja blut ist mit ihm der ist der komplett los jetzt hat die auch eine million geld bekommen eine millionen dollar rom man gehen wir brauchen jetzt haben wir ja geworden als orientation zwar glaube ich auf Rudi Ach, ja, okay, aber das ist gut Ist overall gut, die ist auch noch tot, die ist da, Leute Da, ne, wieso kann ich nicht ping Geht das jetzt nicht so? Mit G? Oder mit V? Hä, aber mit G konnte man nicht mit G ping? Ja, ach so, ja, Leute, lasst uns noch ein bisschen unterhalten Unabhängig hier im One-on-One Ich glaube im One-on-One schaffe ich im One-on-One nicht Der ist genauso broken wie in League of Law Wenn's Terra runter Vielleicht, wenn wir ihn übermannen Passt auf, ich weiß nicht, ob das so weit geht, wir versuchen es Na, naja, gut, fast Aber wir haben ihn, wir haben ihn, hallo Er geht gar nicht weg Ähm Ich hol ihn mir, Leute, passt auf, passt auf Ne, ich bin jetzt mal raus Hallo Was ist mit ihm? Ach, Leute, ey Alter, warum, er hat nichts Ich hab alles, warum ist er, okay, es ist Level 12 Vielleicht geht's daran, aber was soll denn das? Was soll denn das? Okay, woher ich stehen geblieben bin Ja, ich hab jetzt wieder, ähm Ja, weiß ich nicht Ich hab Runterra macht, muss ich sagen Es gibt ja viele, die sagen, ja, Runterra ist langweilig und so Ich muss aber sagen, seit die Updates sind jetzt schon länger da Gibt richtig viele Updates, ganz viele neue Champions Ein paar neue, äh, Sachen Also Runterra ist mega cool Macht mega, mega viel Spaß Auch wenn man kein Geld rein casht, kann man da Sehr schnell Karten bekommen Okay, ich glaub, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen zusammenreißen Sonst wird das ja nix Der, ich glaub, ganz ehrlich, der Ivan hat aber auch einfach viele Kills genommen, Leute Äh, worauf ich neu hinaus wollte TFT ist ganz cool, ist jetzt das neue Update da Und Auch Ähm StarCraft hab ich immer wieder ein bisschen gespielt StarCraft 2 StarCraft 2 ist natürlich komplett krass, wenn wir ehrlich sind Oh, den können wir kriegen, Leute Wir sind schnell Oh, nein, 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 nein Ja, okay, wir müssen uns jetzt auf dieses Game konzentrieren Man muss aber sagen Wir haben jetzt mal einen HPler Das ist sehr gut, weil die oben ist Oh, passt auf, Leute Haaa Sehr gut, ähm, ja Also, der Ivan hat einfach schon viele Kills genommen Der hätte vielleicht nicht so viele Kills nehmen sollen, ne Also, das kann schon ein Problem sein, weil Ivan kann Kills nicht so gut verwerten, wirklich Muss man einfach sagen Aber wir müssen auch gucken, dass wir jetzt langsam ein bisschen tanky werden Weil wir sind echt aus Papier Wir sind ein Papier-Garen Wir machen noch Phantom Dancer fertig Dann vielleicht noch Infinity Edge Und ein Blutdürster Und dann würde ich noch Tank-Camp Naja, wir müssen mal gucken Der merkt es bestimmt nicht, wenn ich die mache, oder? Guck mal, ich meine, die muss man einfach machen mit Game So, wir gehen mal Passt auf, Leute Wir müssen mal kurz in die Gravitationskapsel A-Top-Lane Und ein bisschen Alter, unter meiner Maus bilden sich immer so Staubdinger oder sowas Kennt ihr das? Habt ihr das auch? Oder ist mein Tisch zu dreckig? Ja, also wir müssen mal eben kurz ein bisschen leveln Wir sind nämlich levelmäßig Eigentlich fein, ich wäre aber gerne mehr als fein Bisschen über den Gegner, das wäre ganz cool Wir machen jetzt auch ordentlich Damage Also Damage machen wir fein Wir müssen nur auf die Vayne aufpassen Die könnte wirklich ein Problem werden Könnte möglich, schon möglich ein Problem werden Wir haben natürlich Na gut, Ivan kann mich tanky machen Vielleicht ein bisschen Ja, mit Ivan Wenn Ivan alles mir gibt Sollte es eigentlich klappen Unser Hardicary ist halt ein bisschen so ein Hafensänger So, wir gönnen uns den Tower Trundle Ist halt ein Problem Der pusht auch die ganze Zeit rein Und den kannst du halt echt nicht aufhalten Guck dich das an Oh, die Outplace Die Outplace Die Outplace Nein, der ist 0,4 Deswegen Also ich kann ihn ganz sicher one-shotten Lassen wir aber Weil wir brauchen den Flash für Vayne Wir gehen den Phantom Dancer kaufen Das Ding ist, es gibt viele ziemlich gute Items für Ja, okay, dann nehme ich ihn mit Wenn er one-shottet Na, okay, dann lasse ich ihn nur Da oben Oh, Leona Leona Ah, 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 ah Leona Leona Ah, Leute Oh, Mann, ich bin ein Inter-Hilfe Ja, okay Okay, ich wollte auch 100 Mal back Ey, kacke, ey Okay Und Leona ist immer mit Vayne Das ist ein Problem Und die könnten jetzt Baron machen, Leute Wo ist mein Ah, hier Leute Okay, machen sie nicht Gut Ich muss auf jeden Fall Vayne one-shotten Sowas kaufen wir jetzt Das ist die gute Frage Eigentlich ist sehr gut mit Fandom Dancer Styrax Ne, er stoppt nicht mit Styrax Ähm, ich meine Ähm, ähm, Death's Dance Death's Dance ist mit Fandom Dancer Ziemlich gut Oh, shit Ähm, oh, die Leona ist fast tot Ich bin unterwegs, Leute Wir kaufen uns auf jeden Fall ein HP-Kristall Jetzt sind wir schon mal tanky Vielleicht eine Totemannsplatte Wäre auch cool Und ich hab Durst Einstellendes Wasser hätte ich noch gerne Oh, das wird schwierig, 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 schwierig Ich bin aber unterwegs, Leute Ich könnte Ich könnte da ein Turnover machen Go, go, go Go, Leute, go Go, Leute, go Go, Leute, go Go, Leute, go Bats, was, die lebt Ich glaub, die hat auch Fandom Dancer Aber sie ist gestorben An An Alter, Schwäche Ich weiß es nicht Vielleicht, weil sie noch vergiftet Aber ich hab den Kill bekommen Woran ist sie gestorben? Aber ist cool Ist cool auf jeden Fall Hat die Aber sie hat Hat sie Fandom? Ne, sie hat irgendwie Oh, ja, 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 ja Kann ich irgendwas machen? Naja, vielleicht nicht Okay, aber Generell immerhin haben wir Leute, Drache Was ist mit Drache? Drache, Wache Wir brauchen alle Drachen Das wird sonst Ich will das Game nicht verlieren I don't wanna loo Wir müssen halt Ich muss ein bisschen tanky werden Und dann muss Ivan mich permanent chillen Und er hat keine Scenes Er braucht a Scenes Ivan, can you get a Scenes, please? Das ist legit das wichtigste Item auf Ivan No joke Und er baut Stundenglas Aber ich hab Ich hab jetzt Ich hab ihn ja nicht geflamed Ich hab gesagt, please Que buena Buena, Buena Leute, 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 Leute Schnell, können wir den schnell machen? Oh, das wird knappo, knappo, knappini Knappo, knappini wird das Schnell, 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 schnell Dann haben wir schon mal drei Sehr gut Vor allem Ocean Drake ist für mich sehr gut So, Items Ein bisschen tanky wäre sehr gut Vor allem, falls Ivan mich im Fight schildet Was ich hoffe Ähm, Deadmans Ich glaub, oder Deathstance Hm, Deathstance ist Ja, Deathstance ist ja halb Tank, oder nicht? Also kommt, Leute Leute, Leute Machen wir Deathstance Sehr gut Sehr gut Wir wollen ja auch Schaden austeilen Bababababababababababababababababababababababababababababababababababandlisten problem Ge wann es auch wenn wir jetzt Go, 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 go Mach, 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 go Go, no, Wurzelwurf Wurzelwurf Ja, okay, dann Ich könnte immer noch Ich hab hack Slash Wir könnten immer noch engagen Aber ich weiß nicht, ob ich den schaffe Vielleicht pusht er noch weiter Oder er geht nach unten Baron müssen wir auch ein bisschen Oh, er macht jetzt blue buff Drei Zwei Und go okay sehr gut sehr 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 gut mit ultimate ultimate so wir müssen guys group kill wayne das ist auch eine trap ich nutze die trap okay ja ja samira ist natürlich auch die frage ich glaube sie ist immer noch nicht da tatsächlich zumindest jetzt gerade noch nicht aber ja mal gucken ob sie balanced wird ich glaube irgendwie nicht und schwindel pushtop aber vielleicht machen wir schnell das ding hier kaputt ich glaube die machen gerade berlin leute na fuck it fuck it mach kaputt die kommen jetzt gleich shit no no oh kann ich die noch machen oder kennen die mich okay ja scheiße leute ich hab's gedacht ich hab's mir gedacht shit ja und jetzt steht bot lane shit leute wir sind aber auch lost unsere botler ist auch vor allem bisschen los ich würde sagen also mitte jungle und top sind echt gut dabei aber portland ist irgendwie habe ich noch nicht so richtig viel von denen gesehen natürlich würde es mir niemals in den sinn kommt diese zu flamen aber diesen tod da kann ich nicht helfen diesen tod guys we need to group das ist immer einfach gesagt aber komm 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 also ja vielleicht wäre ich auch weg gerannt aber leute das böse moment uns das kann doch nicht sein was ist hier los ich habe kein geld kein platz kein geld und kein platz wir haben halt ein alban heißt wo ist alban eigentlich alban heißt wir müssen gruppen weil der typ kann alleine nichts wir haben zwei supporter im team und wir müssen zu fünf laufen andernfalls sind wir einfach lost und er braucht es wenn er jetzt nicht als zins kauft dann report ich seinen wald eiche ist es vermutlich ist das wichtigste und er hat er hat so viele kills leute er kann damit er kann damit nichts machen aber es okay ich meine mein gott es liegt gerade nicht daran ob man die hätte ihn auch haben können hätten wir gehen können ja ist aber auch nicht schlecht ja könnte sein dass weiger von und kommt sehr gut sehr gut nicht so gut ich habe doch irgendwas gegen cc oder die w oder so hat da auf die muss ich aktivieren da oben wir können vielleicht die wehen holen vielleicht aber nur vielleicht vielleicht können wir sie abfangen vielleicht re-engage sie gleich bräuchte aber q vielleicht läuft sie gleich nach hier oben weg das könnte ein guter deal werden das wird ein guter deal leute ein sehr schöner deal ein schöner den namen der deal ein schöner schöner arminer deal batzi 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 kopf batzi mc batzenstein schön das könnt ihr ja wohl verteidigen ich gehe mal top lane mit katschipa ich habe halt keine ultimate gegen tranzlohn ultimate schwierig schwierig hier ist ein bisschen radarisieren ja kacke leute kacke 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 ich krieg hat wie kriegt man sein team gegroupt das die sind immer noch da vielleicht kann ich den abfangen ich habe bald wieder ultimate 40 sekunden leute 40 so lange überlebt der trundel ich bin unterwegs coming for christmas und auto tech combo auto tech auto tech laufen 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 drehen 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 auto tech auto tech 1000 wow wow wir sind rich in richenstein unsere base stirbt leute was macht denn die ganze zeit kann er sich treffen gut okay wir haben jetzt der stanz wir brauchen aber mehr tankiness glaube ich oder ja ich glaube wir machen genug schaden oder wieviel kriegt haben wir denn 50 ich glaube ich würde sagen infinity und noch ein tank item brauchen wir magie rüstung nein brauchen wir rüstung ja so die frage ist was baut man aus rüstung und hp stein wahrscheinlich tote manns platte drache ist leider weg das wäre die seele gewesen seele schmäle ok wir müssen jetzt ein call machen wie am besten wäre alle bot alle bot macht aber also weil da halt der inni fehlt sind aber gerade alle in der mitte vielleicht können wir eine hextech transformation machen das problem ist dass stehen unten ist und das problem ist dass albern hier ist wenn ich rüber gehe ist einfach nicht hier also nicht da sondern hier auch leute 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 jetzt 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 soweit komme ich nicht jetzt 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 guten tag ja dann du autor 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 passiert und an das gar nicht wenn wir jetzt nicht sterben ist es nicht schlecht das ist ja das war's denn es auch unten ja vielleicht war es aber auch dumm zu feiten ja zwar wir sind wir sind alles inter leute die justice liegt die gerechtigkeit wird nicht ob sie es das war's ist es ist was ja ja katschen schöner katschen der mensch eigens ist der weigert 0 1.000 do it do it jinn mach irgendwas okay vielleicht komme ich gleich noch mal im leben leute kann ich irgendwas kaufen nee doch nee doch doch nee leute 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 jinn go das ist noch nicht auf war das ist noch nicht auf war ich bin da 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 ich bin schnell und ich bin da wir müssen aber für es ist max wain gehen so easy was alter die hat irgendwelche schilder phantom square ist das ist hier los was hier los was hier los geht bitte was ist hier los okay sehr gut sehr gut sehr gut auch irgendwas trifft mich in der frontscheibe geh weg ich kann einmal silence okay ich bin gesilenced und zähl silence alter was ist mit trundleute was ist mit trundle eigentlich shit okay ja ich weiß nicht leute iban where is athens iban ohne athens ich will ich hatte es leute also das ding ist iban schildet ja die ganze ich will es erklären ja ich will nicht einfach sagen iban schildet ja permanent und er macht mit daisy die ganze zeit scharpt permanent das heißt der kek wird die ganze zeit aufgeladen 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 und er macht alle drei sekunden ein schild das hat wirklich nicht mehr cool dann drei sekunden für 400 500 und heilt dann noch mal für 300 400 je nachdem welche items er hat und dann kriegst du jedes mal ein schild mit 800 800 800 800 800 das was er hat bringt stundenglas bringt halt nur was wenn du gegen assassin spielst wie rengar die dich angreifen aber niemand in deren team niemand in deren team ist hart klick cc der dich killt sowas wie eine y so r klick iban oder sowas trundle macht das nicht hekerim geht eigentlich auch nicht auf den iban der sollte hinter dem team sein niemand kann ihn töten deswegen sollte er hinten stehen und er baut immer noch keine scenes ich werde jetzt ihn nicht flamen oder so aber das ich habe ihm ja auch nur gesagt ich habe ihn ja nicht gesagt fuck you build it oder so aber es wäre echt wichtig gewesen wirklich also das ist das wichtigste item auf allwand first man sollte zuerst trotzdem redemption bauen ok und er hat halt athines gebaut was äh nicht athines ardent was gar nichts bringt ardent ist halt für jinn nicht gut für mich ist es ok und für den rest gar nicht da ok leute weil hier können wir das game gewinnen wir müssen jetzt jemanden catchen die wein ähm ich gehe jetzt hier rüber das ist der einzige versuch ok vielleicht ist es doch nicht gut oder ok den müssen wir jetzt töten töten den müssen wir töten beint ihn mach was vielleicht ein gutes beint wäre hier ok vielleicht kriegen wir wein in den rücken rein wir müssen auf ihr dingsteil achten auf ihr dingsteiler wir machen jetzt den wein zerteiler oder wir zerteilen meinen den ja der ist auch einfach ne wir müssen auf wein gehen ganz ehrlich gegner ist drauf sehr gut jetzt machen wir den ja batz batzi kopf drehen wein drehen schilder drehen springen ok ja war nicht schlecht 2 für 2 bzw 21 war djinn ist noch tot weiger weiger aber jetzt noch katsch ist da katsch pia katsch jo katsch jo mach katsch jo ja ist nicht schlecht macht guten damage stirbt sehr gut pferdebraten ja schöner damage schöner dm trofandeln ein trofandeln einfach nur muss zum schlangenfrau mr frau pflanzen frau schlange frauen schlange Pflanze wirft so okay wir haben gleich das teilen wir sind halt echt weich ich würde auch nicht empfehlen sowas zu bauen so viel Damage Das ist natürlich nicht ernst gemein also bevor ihr Das ist natürlich ein hard step in machen bevor jetzt sagen ja tu du kannst nicht albern sagen dass er an drei items bauen soll wenn du Selber scheiße baust das natürlich richtig aber Ich baue ja absichtlich scheiß items und das ist bei ihm ja wahrscheinlich nicht der fall er versucht das meiste aus sich rauszuholen Ich versuche das wenigste aus hier rauszuholen Gut Ist ja aber trotzdem auch was ist das ist ja trotzdem nicht schlecht wir haben auch immer noch flash wir müssen halt aufpassen weil sie phantom dancer hat Jetzt habe ich meinen flash verbraucht ich habe jetzt geholtet weil es da so aus als würde der flash war also auf die wand gelaufen ist Jetzt können wir vielleicht den drachen machen das ist nicht schlecht Das ist nicht schlecht leute oder sind mrs mcwain's wayne Können wir können wir können wir nicht können wir 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 den Autsch ich habe sonne abbekommen sonnen brand Leute können wir den drachen nicht machen Nach fucking hell Naja vielleicht hätte ich warten sollen auch aber vielleicht kriegen wir den pferdemann den pferdemann Sehr gut schön schön und sehr gut es war sehr gut aber auch schön gleichzeitig Was ist das eigentlich für ein game das fühlt sich an wie 50 minuten das ist mcwain aber die wird ja wohl nicht enden wird die nicht, kann die nicht, wird die nicht, macht die nicht, wird die nicht, kann die nicht Wieso pingt ihr alle, okay die schafft das aber, ne, das ding ist, das ist smart wäre ich doch wenn ich jetzt hier die interruption mache und abfange wir könnten auch mit casho bären machen aber Hmmm Wer will sie eh wer bin ich denn und swingo 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 So are you back? Wain is the most important Misses girl, bo girl in there So jetzt können wir hier auf den jetzt schnell 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 go 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 schnell schnell go 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 schnell drehen 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 mehr drehen also wieso ist er so schnell warum ist er so schnell bleibt hier ich hab neig er so nicht für ihn jetzt ich bin einfach nur darum rüstung zu reduzieren vielleicht bräuchten wir black schmier war zingo vielleicht war das ein bisschen overkill jetzt werden vielleicht was ein game leute wir müssen nur aufpassen dass die nicht erstens das den bärin nicht klauen und vielleicht kann ich hier kurz interruptierung machen drehen 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 ist halt eine leona wir dürfen wir müssen schnell den bärin noch weiter machen das ist wichtig damit die hallo der pferdemann ich glaube er geht oben rum okay ja er war er baut sogar oben rum ich bin aber detektiv sehr noch sehr nicht schlecht ich bin unterwegs ich bin da kommt schon kommt schon kommt schon kommt schon ich bin schneller der schnelle garen schneller garen und zingo also 16 kill so kommt die denn er sehr gut wenn so einzelne falls mich auch super strong ein fünf gegen fünf wenn ich ein bisschen papier lastig aber ja ich habe keine ultimate das ist das problem wir müssen jetzt ein bisschen auf die wählen aufpassen kann ich heilen ist das nicht so dass es permanent an ist ich dachte im late game wird permanent an was macht eimer in der mitte ich dachte es ja permanent an im late game if garen minyan and non damaged ach so wegen champion der menschen bricht immer noch ab okay na gut na gut vielleicht leute der djinn also ich will ich blame ihn ja nicht also sagen man kann ja alles immer sagen das ist wichtig leute man kann alles sagen dann solltest du nicht schreiben du kannst auch sagen das einwand baum ist das l ist das mich nicht gut schmeckt man kann immer alles sagen schwarz nie schön schön das schwarzen über das schon wieder ein sonnenbrand wir müssen leute wir sind alle tot everyone will da ich mache mir jetzt ein bisschen drehen der tod www ob ich lebe heißt 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 muss ich kurz regenerieren wie lange dauern der scheiß 80 und das noch viel zu viel ja ich muss regenerieren leute kann nichts machen muss chillen alter wie lange das dauert okay jetzt ich gehe rein ich bin back in ich bin back in zeit drehen 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 oder ich bin wieder full live und ein schwatz nie drauf ein schöner schwatz nie ein kleiner schwatz nie batz nie aus heißt ja okay passt gut habe alles gemacht wofür ich da war nichts naja ich habe gesilenced so ist nicht schlecht leute gut schön schön gut gut und hörten gut haben wir gewonnen so ich habe wieder all die maids und heile mich und nicht immer noch keine scenes wir können ihn ja mal fragen i won why no scenes no front schreibe ich es ist aude ich kann aber all die maids ich habe all die maids ich habe all die maids naja okay das war die aber die aber die aber die ja du ja ja okay aber trotzdem wir haben 4k gold jetzt noch einen winne dies zack schön voll bild und pot rein pot pot wie wir ad haben wir scheiße ich kann sie mir sehen ja war eine verrückte runde auf jeden fall hat er noch was geschrieben habe es nicht gesehen war eine verrückte runde ja ich hoffe hat es euch gefallen also noch mal kurz bevor ich gefrontet werde ne also ich habe ihn ja nicht geflame ich habe ihn nur drauf hingewiesen so ich honderte ihn trotzdem weil er war ja ich hätte glaube ich kassio hondern sollen kassio war noch besser glaube ich glaube kassio war ich hätte aber trotzdem wir haben guten schaden gemacht es war ein gutes game war schön war nett war toll ich hoffe es hat euch auch gefallen ich wünsche euch was ihr kleinste gestern auf wiedersehen und goodbye bye okay ich Vielen Dank.